und damit ein herzliches willkommen zurück zu let's play grand theft auto 5 mein name ist project kp und wir waren hier beim letzten mal stehen geblieben hatten wir uns nicht am ende der letzten folge umgezogen also ich bin mir ziemlich sicher dass wir uns umgezogen hatten naja gut müssen wir uns halt noch mal umziehen gehen ist ja nicht so schlimm und ja das muss sein denn michael muss bei mir in einem anzug rumrennen denn das habe ich ja schon oft genug begründet denn Patrick erst mal sprechen lernen denn ein anzug der passt halt einfach was will denn unser sohnemann hat jimmy ich habe keine karre paps ich kann mich nicht dem umzug auch noch damit rumschlagen also habe ich deine genommen bis ich auf eigenen füßen stehen ich bring es zurück wenn alles geregelt ist jimmy alter schwede haben wir viel markel deine waffen habe deine zahlung endlich ok 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 hier haben wir alle e-mails ach du scheiße haben wir hier viele ja 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 ok doch mal gucken dr friedländer ja gut zu dem könnten jetzt natürlich auch noch hingehen wir mal gucken b oder machen wir t das jetzt die frage ich bin dafür dass wir zu b gehen tracy tracy baby you called yeah look dad we're worried i'm worried too i really want to see you well i don't want to see you you need help like serious serious help and if you don't get it you're gonna be killed tracy i love you but you don't know what the fuck you're talking about i tried daddy that's all i could do nette tochter haben wir da dann wie sagen wir jetzt das fib was ich ja nach wie vor mega gut finde das fib obwohl das ist ja ich grammatikalisch wirklich korrekt ja da kann man ja nichts gegen sagen das hört sich trotzdem irgendwie so falsch an der ist auch nicht naja gut auf jeden fall fahren jetzt erstmal zu denen hin und gucken was die von uns wollen sehen wir dann hoffentlich eventuell ich denke schon ja es ist der nächste tag also von der letzten aufnahme her gesehen einen tag später ich habe dann doch nicht mehr spiel danach noch aufgenommen gab wie das eigentlich wollte weil dann ich habe dann auch noch was aufgenommen gehabt was ihr dann irgendwann mal sehen werdet höchstwahrscheinlich wenn ich wieder in der berufsschule bin und nicht zum aufnehmen komme dass ich dann da zumindest ein projekt auf tasche habe weil ich hier im prinzip nur hochladen und auf planen setzen muss ich würde sagen ihr helfen wir doch bringen wir das mal zu ihr zurück würde ich sagen bitteschön madame jeden tag eine gute tat das tut auch michael gut ja aber jetzt erstmal zum fb okay wir müssen doch hier hoch verwechsel ich jedes mal wenn ich zu denen muss irgendwie keine ahnung ist ja auch so schwer nicht aber ich und sachen merken das sind so sachen für sich auf jeden fall hier das fb gebäude vielleicht kann man sehen hier kann man nicht so ein schade auf jeden fall ganz oben ist ein riesen schriftzug wo er frei dran steht also nicht zu übersehen aber wir gehen erst mal hierhin so genau er ist upsala mein handy noch auf lautlos auf laut das war eben auf lautlos denn ich lasse ja mein timer mitlaufen so wir gehen uns zu dave hey michael david oh isn't this nice you didn't tell me we were double dating sorry guys this burning hunk of love is all mine brilliant steve haynes amigo but you probably knew that already sorry your name tag must have fallen off hol da I love it i gotta remember to write that down and to shoot you in your head you annoying dick andress taking notes this stuff whoa pure magic I should put it on my show have you seen my show you mean how to dress like a salesman on a cheap golf weekend at a third rate country club Hahaha! So! Well done with our, uh, our friend, Mr. K. My pleasure. I love helping our government wage war, especially with itself. But you made a mistake. Did I, Cupcake? Why don't you keep your fucking voice down before I close your fucking windpipe? The joke stopped now, pal. You will show me and my team some respect. Maybe you could define team for me. Is that just the three of you? Or the greater FIB? Or the entire government? Because I'm tempted to argue that thus far, we haven't shown a lot of your colleagues a whole lot of respect. And why don't you start with me, genius? You got it, pal. We have received intel that they're keeping Mr. K. at the local agency station. I just dealt with that guy. The agency is stepping up to questioning because of your moronic antics down at the corner's office. We need to get him out of there before he blabs. I did what Agent Norton said. Then I guess you getting involved with a clapped-out old agent who's been living off of past glories was your first mistake. You are my boy now, amigo. My career depends on this. And that's very important to me. So seen as we're all boys now, that makes it important to you. You run along, kids. See there you go, Dave. You can't teach an old dog new tricks. Come on. Mir fällt gerade was ein. Äh, ich muss noch ganz kurz was erledigen. Ich bin aber sofort wieder für euch da. So, da wären wir auch schon wieder. War nur ne ganz kurze Unterbrechung. In East L.S. Covington Supplies off El Rancho. Can you take us there? Yeah, sure. Sounds nice and secluded. The kind of place you'd running off the books operation, huh? So what? So I bet federal ain't on the deed. That's so. And we all like our federal government open and transparent. Except when closed and opaque suit you better. Hey, I'm just a puppet. You're the one pulling the strings. Genau. So seh ich's auch. Kann ich denn schlagen? Oh my God! Ich weiß nicht, er hat mich jetzt grad irgendwie ein bisschen aufgeregt. Frag mich nicht wieso. Ich hatte irgendwie das Bedürfnis den zu schlagen. Haha. So. Super leid. Ähm. Woah, shit! Ich glaub die will auch geschlagen werden, so wie sie grad oh shit gerufen hat. First guy is Franklin Clinton. Hey, I barely know that kid. He's fixing my car. Call him. Or we'll send some G-Men to his aunt's house. Okay. Okay. Gut, dann, ja, Franklin wird jetzt auch mit rein verwickelt. Auch toll. Michael, this ain't the best time, I'm kinda busy. Hey, sorry about that. Listen, you know that thing we talked about before? It's happening. I need you to come to a lot off El Rancho. Not far from where we met before. Alright, that's cool. I'm in the LS anyway. Now, Trevor Phillips. Oh, you're crazy. I ain't calling him. Oh, you screwed up my car! Oh, you're crazy. I ain't calling him. I thought you might say that. So we had him picked up. That's a dumb move, Dave. Real fucking dumb. Just worry about the plan, okay? Getting Mr. K out of the IAA station. Clinton is going to be positioned across the street, keeping an eye on the proceedings. Phillips flies you in, you repel down, make the extraction. And I'm the best guy you got for this. You better keep a little profile. Yeah, I think I will. See you later. Yeah, that's a cool mission. Who is that KG motherfucker, huh? No, it's another KG motherfucker, alright? Not you! Hey, T. Enough with the faux political bullshit. Franklin. Come on, you better take off. Really? Shit, I'm good, eh? I ain't built. Whoa. What am I detecting some, uh, some sort of, uh, son I never had bullshit here, Mikey, huh? Hey, listen. If you want to replace some father figure, you can do a lot better than this fat snake, alright? This fucker would eat his own kids. Like I said, Franklin, deranged. Yeah. And best friend. Exactly. That's Trevor, my best friend. That's Franklin. The son. I always wanted. Alright guys, listen, this is the shot. I'm gonna do all the heavy lifting on this job, okay? Trevor, all I need you to do is fly me to the target. Franklin, you're gonna cover me from across the street. We're gonna make these assholes happy and we're gonna walk away from this thing clean. Got it? I got you. Alright, and we do this, and they help us bring Brad, right? Yeah. We'll talk about Brad later, alright? I got a change. You better grab a head start. Nice to meet your homie. Yeah, whatever. Ja, es ist auch eine ganz coole Mission. The government gimp at last. Yeah, bite me. Let's go. Alright, let's do this thing. Also es ist eigentlich eine ganz coole Mission, die jetzt kommt, aber die hat mich auch im Privatspiel witzigerweise sehr, sehr viel Nerven gekostet, wieso auch immer. Sehr schwer ist die Ansicht nicht. Aber gut, mich kosten viele Dinge sehr viel Nerven. Your new friends are a riot. No wonder you said sayonara to the old crew. Walking away ain't easy, Trev. Sometimes I guess you gotta compromise. Na gut, dann fliegen wir mal Richtung Punkt. What happened? Annoying wife, two kids. Remember them? You get tied down, you can't move anymore. What about your ties to me? To Brad? Those ties are why you got roped in on this FIB instigated. Suicide Pack. For as long as it keeps me amused I am, I ain't exactly sure it's gonna be amused. So, hier ist das FIB Building, wo wir ja vorher waren und rechts das IAA Building. Ich erinnere mich noch, ey. Wie ich hier geflucht habe bei dieser Mission. Und hier rechts der Torre Stopper in und rechtsno shella. Nein, 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 nein. So. Jetzt, perfekt. Ich finde das irgendwie mega cool, wenn man hier auch so in die Büros reingucken kann, dass irgendwie keinen stört. Ich meine, das hört man ja extrem. Ich weiß, was du sagen? 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 Ich verstehe, was du sagen? Ich habe die Künstler nicht mit dem Begriff. Ich nehme die Künstler. Ich nehme die Künstler. Nein, nein, nein. Ich denke, du bist nicht verletzbar? Nein, nein, nein. Ich sehe, wie du das fühlst, wenn du das 18 inzüchst in der Mitte bist. Na gut, dann gehen wir mal rein, würd ich sagen. Na gut, dann wechseln wir mal zu Franklin. Wechseln wir mal wieder rüber. Wechseln wir mal wieder rüber. Das ist eigentlich auch mega cool hier. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich den Piloten hier mal richtig treffe. Ach komm, das war doch getroffen. Danke, Nummer 1. So, wo sind die anderen? Wow. Ja super, wie soll ich denn die Bilder bekommen? Ah, so ist schon besser. Na komm. Na komm. Ja super, weil sie zu schützen wollen. Ich bin schlafen. Ich bin schlafen. Sit zurück. Und enjoy die Runde. Lass uns. Dir sie, du arbeitest mit der Regierung. Vielleicht wird das alles gut machen. Was ist das? Was ist das? Das bedeutet, ich bin, ich bin hier. Ich bin hier, um ein Job. Alles klar. Wir stellen uns nach der Lunde. So. So, jetzt machen wir mal als Trevor weiter. Wer sind Sie, Leute? Das ist nicht wichtig. Sie sagten, dass wir die Regierung. Ich mache das Theater. Ich bin kein... Ich weiß nicht, wer Sie sind. Warum machst du das für mich?